Willkommen zurück, Remember Me in einer Hüpfpassage. Und ich darf mal wieder spielen, wenn ihr als Kind wird abgegeben. Schweren Herzens. Beim nächsten Kampf bist du wieder dran. Ja, wie schön. Gerade hüpfen mag ich eigentlich am liebsten. Aber jetzt habe ich ja so kläglich versagt, dann habe ich es auch nicht verdient, weiter zu spielen. Bürger von Neo-Paris. Die Lieberbedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung bis zur Sabereinheit. Och, was ist das denn? Es war schon eben gerade auf diesem Gerüst oben drauf. Der Wechsel zwischen langsam gehen und schnell gehen. Weil der an so einem Punkt so ganz abrupt dann war. Das ist mir gerade schon echt schwierig, da überhaupt die richtige Balance zu finden. Das ist komisch, was es da manchmal so für kleine Sachen sind, ne? Ja. Aber auch im Positiven. Und zum Beispiel den kompletten... Wie das Interface angezeigt wird in der Spielwelt. Genau richtig. Man müsste nicht mal diese Sprungpunkte anzeigen, aber so. Aber dass es immer in der Welt ist... Wie hast du mich als Errorist denn rekrutiert? Tommy sagte, du tauchtest eines Tages in der Bar auf. Eine verlorene Seele in einem Meer aus Trauer. Er wusste gleich, du gehörst zu uns, sagt er. Aber kann man seine Erinnerung heute noch trauen? Manchmal denke ich, du bist eher Poet als Freiheitskämpfer. Vielleicht in einer anderen Welt. Sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Ich glaube, wenn du hier frei klettern müsstest, ohne die Anzeigen, dann hätte das ganz schönes Frustpotenzial. Weil das ja... Also ich meine, das sieht ja hier alles aus, als könntest du hier frei rumklettern. Am Ende ist es aber auch ein extrem geradliniges Spiel. Da müsste man es eben richtig machen. Oha. Tschüss. Auch was sie dreht. Das dauert halt ewig. Das hätte man jetzt aber kommen sehen können. Noch mehr Drohnen. Komm, Nellen. Du schaffst das. Ja, die kreist ein bisschen. Achtung. Oh, ne. Ey, sie läuft so furchtbar. Sie läuft so ein bisschen. Ich mag das ja zum Beispiel. Das hat, ähm, das... Dead Island hat das. Viele Spiele haben das, also Ego-Spiele, die einen eigenen Körper zeigen. Ja. Dieses Körper-Momentum. In Spielen, weißt du? Ja, ja. Du kommst nach vorne und dann machen die noch so Nach-Tippler. Das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Komm, Nellen, du schaffst das. Ich weiß schon, was sie damit bezwecken und was das, wie das wirken soll und so. Aber ich kann's nur... Schnell. Oh, hier ist noch was. Aha. Eine grüne Ecke hinter einer Drohne. Das müsste hier die Ecke sein. Wahrscheinlich. Darf ich da nicht links rein oder so? Ne, geht nicht. Oh, aha. Hä? Ach, da kannst du den Lift öffnen. Vielleicht kannst du die Drohne auch irgendwie deaktivieren. Oh, ja. Und dann hier rein. Jawoll. Leibst du mir weg. Die Saber-Einheit hat den Bezirk abgeriegelt. Immer gleich an Saber-Rider denken. Auch wenn's anders geschrieben wird. Oh, das nächste Geheimnis. Das ist aber echt nett, dass sie hier immer die Erinnerungsbilder hier hinmalen in die Landschaft. Okay. Wir haben hier von so einer Gitter. Das ist nicht die Ruhe. So bedrückt. Ich hab nicht mal mehr reinkommen. Ist ein bisschen Sonnenschein... Edge. Dieser Wasserschaden. Sie haben alles verloren. Wegen uns. Die Welt ertrinkt, Schwester. Und nur du hast den Rettungsring für uns. Du sprichst in Rätseln, Edge. Du bist mein Skalpell, Nillen. Die Waffe gegen ein Planeten voller Tumor. Ein Skalpell. Interessante Metapher. Kannst oben rüber klettern, normalerweise. Ja. Mach dir da jetzt gar nichts an, als macht es nichts. Jetzt mal einmal ein Geheimnis mitnehmen. Das ist ein bisschen... Nein. Oben wäre es gewesen. Versteckter gewesen wäre. Shit. Falsche Taste. Mist. Jetzt machen wir nochmal. Ja, Edge spricht in Rätseln. Die ganze Zeit eigentlich schon. Sprechen ja alle ganz schön in Rätseln. Aber dafür sieht es wieder sehr hübsch aus. Kann man mal nichts sagen. Ach ja, Shader sind toll. Es gab ja mal dieses, ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast, dieses, es gab es auch auf Xbox Live, ein Spiel mit so Wasser, irgendwas Prophecy, Prophecy. Ach so, das erst so verbuggt war. Oh je, oh bitte. Ey, was ist denn das für ein Scheißgespringer? Das erst so verbuggt war und dann haben sie es neu gemacht und dann war es ein bisschen besser und dann hat es aber so oder so keiner gespielt. Ja, es war auch immer noch nicht, es hat auch immer noch nicht richtig... Genau, es hat auch immer noch nicht richtig funktioniert. Ich habe es damals auf der Xbox mir geholt, weil ich die Demo ganz cool fand, die Xbox Live-Demo. Und die PC-Version ist aber, also klar ist sie eine Verbesserung, aber es reicht alles noch nicht. Aber da war ja auch das mit dem Wasser, da war das Wasser ja mehr oder weniger mal so richtig simuliert. So halbwegs richtig. Auch mit den ganzen Objekten und so. Das war schon eine coole Idee, aber es war halt wieder eine Umsetzung. War das nicht bei Cryostasis auch? Oder wo war das irgendwo mit irgendeinem Schiff, wo quasi das Wasser Volumen hatte und man sich das so ein bisschen durchkämpfen musste? Ja, also in Cryostasis, wenn du Physics anhast in der PC, also gut, gibt es ja nur auf dem PC, dann hast du da Wasser, was richtig so Objekte, also aus Partikeln richtig besteht. Okay. Aber durchkämpfen in dem Sinne musst du dich da nicht, weil sie ja das nicht als Spielement einbauen können. Wow, Landungsschiff. Sie können es ja nicht als Spielement einbauen, weil es die Hälfte der Zuschauer nicht sehen kann. Und spürt man denn das, wenn Physics an ist, dass es deutlich cooler ist, das Wasser, oder ist es so einmal gesehen und man denkt sich, naja. Nee, es ist schon, es wird an vielen, vielen Stellen da schon benutzt und es sieht schon sehr geil aus. Allerdings ist das Spiel auch heute nach ein paar Patches immer noch so, ähm, so nachverpackt in dem Sinne nicht. Also diese ganze Technik ist ja auch so problematisch umgesetzt. Wo kommen die denn jetzt her? Sollen die nicht irgendwie Sklavenarbeit machen? Sag's ihnen mal. Ich mach jetzt mal Sklavenarbeit. Oh, vielleicht 200. Servus. Ja, so ist Physics in Crisis ist zum Beispiel auch noch wahnsinnig langsam. Oh, ey. Sieht das auch alles schlecht? Ich glaube, ehrlich gesagt, hier kommt eine Szene, die man schon mal in einem der ersten Videos, oh, das ist auch echt cool. Komme ich denn da rüber? Mit Schwung. Ah ja. Zu The Last of Us gesehen, äh, nicht The Last of Us. Zu Remember Me gesehen hat. Das ist halt auch wieder so dieses typische, äh, wenn du an der richtigen Stelle springst, dann springt sie weiter. Ja. Als das natürlich, also ihr natürliches Sprungpotenzial überhaupt ist. So was hab ich auch mal ein bisschen Probleme. Uncharted macht das ganz doll. Ja. Das finde ich sieht immer komisch aus. Und das ist auch das, was mich ein bisschen an Tomb Raider stört. Also ich mag Tomb Raider ja echt ziemlich gern so. Ich finde auch, das ist von der ganzen Steuerung ein Spiel, wo man merkt, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, die Steuerung hinzukriegen. Das spielt sich sehr schön. Aber es ist halt insofern kein Tomb Raider in dem Sinne mehr. Weil bei Tomb Raider war es ja früher so, dass du quasi, das Level war gebaut und irgendwann hast du ein Auge dafür gehabt. Lara kann so und so weit springen. Und da kommt sie hin und da kommt sie nicht hin. Und das, ahaha. Und das musste man eben erkennen und sich so die Level erarbeiten und die Rätsel erarbeiten. Wie komme ich denn von A nach B und was muss ich da machen und von welchem Vorsprung komme ich zu welchem Vorsprung. Und das nimmt dir das Neue jetzt schon ziemlich ab, weil eigentlich, wie immer ist es so, wo du hinspringen kannst, ist halt so mit weißer Farbe irgendwie angemalt. Und das ist auf Dauer. Und da kannst du halt auch immer hinspringen. Ja, ja. Das Spiel bappt dich da ran, dass es dann auch wirklich funktioniert. Das ist das Ganze, wie komme ich denn da lang, das muss man sich gar nicht mehr so erarbeiten. Und leider hat das die Assassin's Creed Serie auch ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, dass das im Zweier zum Beispiel da bei den großen Assassin's Gräbern noch cooler war, dass man teilweise echt überlegen musste, okay, da komme ich hin, da komme ich nicht so hin und das wird mir nicht die ganze Zeit angezeigt. Der Effekt ist ja der gleiche, du musst halt nur bei den älteren Spielen erstmal das Auge dafür entwickeln, wo komme ich denn lang. Ja, und du musst natürlich auch noch richtig springen, also wenn du da irgendwie einen halben Meter zu früh abgesprungen bist oder so, dann war es das. Ich glaube, ich habe das Ding hier nicht gefunden, was hier war. Nee, egal. Ich habe auch nicht gesehen, wo es gewesen wäre. Oh je, die schon wieder, shit, Ginslicht. Komisch, dass das Licht hier nicht ausfällt. Ja, die sehen aus wie Aliens. Und nacken sind die auch noch. Genau das meinten die, glaube ich, weil du nämlich mit einer von den starken Schlagkombinationen einen, wenn du ihn sauber erwischst, dann tötest du ihn auch gleich damit. Achtung, du kannst dein Dings machen. Den Lähmer will, naja, okay. Ja, das war einfach. Das kommt jetzt. Aha. Oh, oh ja, jetzt ist natürlich das Licht aus. Und keins mehr zum Einschalten, oder? Kann das sein? Uah, wer ist er denn? Naja, er ist einer von den harten Jungs. Aber es können wir den wenig. Ah, das Licht kommt wieder in einer Weile. Ne, da gibt es leider nichts. Muss man hier warten, bis man das... Bis das Licht des Jungs wieder zeigt, hier, oder was? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Musst du irgendwie deinen Fokus aufladen? Oh ja. Ja, oder auch nicht. Der Kampf gefällt mir jetzt schon nicht. Oh, wieder von ganz vorne. Achso, warte mal, das muss ich ja hier rein. Ja, war wahrscheinlich die beste Idee, den Superschlag aufzuheben. Dann warten, bis das Licht angeht und einmal die Lähmung machen, oder? Ja. Wo die Lähmung, glaube ich, bei... Auch funktioniert, wenn das Licht nicht an ist. Aber ich benutze jetzt einfach mal. So, und jetzt schauen, dass du schnell wieder Fokus kriegst. Schau, dass du sie hart triffst. Strafen verfolgen. Ja, komm schon. Du bist ziemlich aufgeladen, also... Ja, ja, ich... Du versuchst den Fokus runter zu kriegen, oder? Ja, ja, ich... Äh, den Cooldown. Jetzt. Ja, ich glaube, das geht so auch. Na, was war denn das? Das ist kalt. Äh, sind das einfach mal geil. Jetzt hängen die an der Wand. Du hast mich vergessen, sagt er. Ich hab mir so gedacht. Der Cooldown hier. Oh. Ach nee. Vergessen wir, dass ich das nicht machen kann, wenn sie nicht zu sehen sind. Oh. Oh, was war das denn? Schlag knapp. Ist er jetzt verrufen? Ja. Klopp auch. Oh. Nee. Von dir hol ich mir Gesundheit. Oh. Spocken. Spocken. So, jetzt wird euch wieder aufgeladen. Sehr schön. Ha. Ja, perfekte Kombination. Da kann man mal nix sagen. Schau mal, da hinten ist auch der Eiffelturm. Hübsch. Ich mag dieses Aoristen-Pack nicht so richtig. Nee. Bin nicht sympathisch. Warte mal, ist das hier vielleicht hier hinter? Die haben doch alle Dreck am Stecken in dieser Welt. Edge schaut ein bisschen aus wie dieser Penne aus Prototype 1. Wie hieß der nochmal? Ach, ja, ja, ja. Der war auch nicht was der Sympathischste. Nee. War auch der böse Witzel. Warum hast du uns das angetan? Vergisst mich. Aber anfangs ja nicht, oder? Anfangs war er doch noch dein Helfershelfer oder dein Anführer oder so. Ja, ja, genau. Ich hab das ja nie gespielt, aber ich hab auch das Gefühl, dass ich auch ohne das Spiel... Ja, das nix verpasst. ...ganz gut kann. Was ich mehr ärgere, ist, dass ich Infamous 2 nie ganz fertig gespielt hab. Und jetzt, wo ich diesen Trailer gesehen hab zum Dreier oder Infamous Second Son mit den Spielszenen... Das sieht total nach Spaß aus, ne? ...hat's sofort wieder gekribbelt, weil das Ganze sich durch die Welt bewegen und die Superkräfte einsetzen, das macht einfach kein Spiel besser. So cool. Nur, dass der Hauptdarsteller von Second Son is auch nicht das Sympathischste ist, aber... wer weiß. Vielleicht wird das ja noch. Täuscht vielleicht. Ja. Ne, aber das hab ich auch gedacht, als ich die Spielszenen gesehen hab, das sieht nach Spaß aus. Und der steuert sich einfach total cool. Mit dem neuen Controller hoffentlich noch besser, weil der alte krankte ja ein bisschen an diesen... ...leicht wabbeligen Analog-Sticks. Und der Cole in Infamous 1 und 2, der reagierte sehr, sehr empfindlich auf die Bewegungen. Aber... ...trotzdem ein super Spiel. Alle beide. Vor allem das beste Incentive-System von allem. Da hat man so gern Sachen eingesammelt in der Spielwelt und extra gesucht, weil du immer was dafür bekommen hast. Ah, okay. Ich hab's ja immer noch nicht geschafft, das zu spielen. Ich hab mir das, ähm, mit den Vampiren, diesen Ableger da mal gekauft. Ja. Das spielt sich auch völlig anders, das Carnival of Blood. Das hab ich irgendwie auch nie wirklich gespielt. Das fand ich immer irgendwie strange. Ach du Scheiße, schau mal hier. Oh, ein Elite-Adforcer. Nehme ich selber Schaden. Ah, sei denn. Ne. Wie? Dann kann man den nur mit Fernwaffen attackieren oder was? Keine Ahnung. Aber du hast jetzt auch gerade Schaden genommen gerade. Ja? Ja. Vielleicht Sonderattacke? Ja. Tatsächlich. Was ist das für ein Mist? Spezialattacke? Mal irgendeine probieren? Welche? Logikbombe? Ja, die hat's schon funktioniert. Ja, aber was machst du, wenn du da keine hast? Hm. Na gut. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge mal drüber nachdenken. Wie sie gerade aussieht in dem Licht. Engel. Na ja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. was macht's gut. Was macht's gut? Ja.